Musik Ich liebe es einfach, irgendwo auf die Welt gehen eine neue Kultur zu erleben neues Essen zu entdecken und neue Leute kennenzulernen Und das mache ich jetzt mit Loris und Mattis Musik Von Lern und Go Second try an der Lissabon Adventure Second time We're trying this Das erste Mal, was mir fehlt, weil ein chinesischer Satellit über Spanien abgestürzt ist und es hat keine Flugzeuge mehr fliegen Die Drohne ist drin, die Kamera kommt auch mit Alright, pack'n up Kamera, Drohne, Laptop nehmen wir noch nicht mit Kein Platz im Hockeypack Musik Das ganze kicke Kabel in so einem Ich hoffe mal, hier in Spanien dort die gleiche Stecken wie mir sonst fahre ich dann halt verkackt Ok, moi, ich will Alright Ready to go Let's go Let's start your adventure Musik 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 Wir sind eigentlich über 2 Stunden früh Es ist überall Musik 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 Bist du ready? Ja Ich wissen nur noch nicht, welches geht Wollen wir euch noch 10 Franken Bratzel holen mit dem Bratzelkönig Auf jeden Fall Sag noch eine Flosse hast du dabei? Was hast du dabei? Ich habe so ein Shampoo-Bohler Scheisse Yo Ich habe eins Hey, muss ich meine Liquids ausnehmen? Ja, die Fick mich 11 11 Ich heisse keine Shampoo mehr und keine Zauberstunde Ich wüsste noch nicht So, jetzt ist es 20 von 9 und jetzt sind wir gerade durch Security gegangen Wir sind um halb bis 12 Jahre Haben wir schon ein Ticket zu dir geparkt? Nein Genau, dann finden wir auch geile Party und dann gibt es noch geile Opfer Let's go Geil Up Bist du first class? Ja, selbst Immer Immer first class So, wir haben hier die schönste, feinstelle ein bisschen Wasser und den Loris Ja Jetzt landen wir auf Wasser have the tapes half the tapes around Please give your sea-belt function when the sea-belt sign is Neil Hunt We recommend that you keep your sea-belt constant whenever you're sick of them Take a moment in your berate logers and case anything was out There is a Rorhedi that each had on the castle One wheel and we both moped the town Smoke is not a bit on board and anytime It includes a sea-belt Is that you're So, I think it's a great idea We have to the big old We have to the cheap We have to the high-mischank Das war schon voll. Ich kann mit der Dusche. Nämlich mit... Ich kenne das nicht. Ich kenne das nicht. Dort sind schon 10 Seltschofuert, wo es sagen wird. Ich habe die ganze Tätigur. Jetzt sind wir da. Wir haben uns richtig ausgereift. Oh mein Gott. Bye bye. Mattis, bist du ready? Ich weiss nicht, wo wir anfangen mit dem Denkel. So. Jetzt sind wir in den Bus hingeschrieben. Das ist unser Flugweiss. Was machen wir jetzt? Scootersuchen oder Fahrtmöglichkeiten, wenn wir zu unserem Hotel kommen. Und meine Kamera wird jetzt erstmal verstellt. Ich habe ein wenig Angst, dass die wegkommt. So, wir haben wieder eine Story to tell. Gell Mattis? Wir sind hier jetzt. Wir haben es endlich geschafft. Es war ein Nightmare. Wir fahren hierher mit Scooter und Velos. Super geil. Und nachher schaute die ganze Zeit unsere Ideen an. Basically, was passiert ist. Ähm... Er hat auch gecheckt, dass wir noch nicht 18 sind. Und er hat wieder gesagt, yo, ich kann nicht hier schlafen. Und dann hat er wieder im Chef angerufen, wie alles auch immer auf dem Trail passiert ist. Ich finde, der Trail ist genau das Gleiche passiert. Wir mussten einfach immer in jedem Hotel Ideen zeigen und neue Hotels suchen, wenn wir nicht reinkommen sind. Ich habe das ganze Gespräch aufgenommen. Es kommt jetzt dann... Oder ich möchte einfach mal ein paar Sachen einblenden mit dem Typen so langgeschwaffeln. Was sind Sie in Booking? Ein Team? Das ist nicht möglich. Du reinkommst die Account. Nein. Kannst du mit Karte bezahlen? Nein. Du musst bezahlen in Booking. Ja. Das bedeutet, dass du nicht bezahlen? Ja. Wie viel? In Euro? Nein. Was ist das? Ja. Für die... Ja. Aber nachher ist es Booking.com, welches wir nicht haben. Nein. Das ist kein Problem. Okay. Können wir? Gut. Also ist jetzt morgen. Erster Tag. Jetzt gehen wir mal kurz am Morgen essen. Dann gehen wir mal an den Strand. Pairro Altos. So die... Die Traum gehen anzuschauen und ausprobieren. Wird sicher ein geiler Tag. Let's go! Jetzt haben wir das Meer geschafft, bevor wir uns auf einem Monument sind. Und jetzt geht es noch ein bisschen in die Stadt. Wir haben schon ein bisschen zum Morgen gehabt. Aber nachher gibt es noch mehr. Let's go! So, nachher was schmeckt es so klein? Irgendwie Ei und Süss und so. Hey Bro! Wir haben da mal... Wir haben da mal etwas ausprobiert. Eines Croissant. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Oh mein Gott! Seit... Alter! Ich hab gedacht, es hat Herz. Ah, das ist so eine Art Pfannkuchen. Mit so süßen Tönen. Aber... Noch schwierig. Wir haben da einen richtig geilen Ort gefunden. Ähm... Da fährt so eine Bahn auf und runter. Wir sind wirklich brutal steil. Und es sieht einfach verdammt geil aus. Und da hat es jetzt mal einen Pix von den Fotoschutzer gekauft. Und es sieht einfach ausgesprobe. Wir sind das hier. Und da hat jemanden nicht mehr verraten. Ich bin großartig. Wir haben dann wieder mal den ultimative Spot gefunden. Es sieht so verdammt geil aus. Es schmeckt so geil von diesen Bäumen, wo wir nicht wüssten was es ist. Und es gibt so viele geile Bilder einfach. Es ist so chillig. Oh Mann. Jamie macht es bei der Domofolz. Ein bisschen Update. Wir sind gerade durch die ganze Stadt parzt. Wir haben uns jetzt gerade ein bisschen Food gönnt aus dem Supermarkt. Was hat es gesagt Luris? Brot, Fleisch und Philadelphia. Was war dein Highlight? Philadelphia. Und jetzt zu einem Flea Market. Vintage-Floomarket Kalig. Dort treffen wir irgendjemanden, den wir einen Kollegen kennen. Also nein, wir kennen sie eben nicht. Wir haben sie einfach angeschrieben und sie hat gesagt, sie zeigte es ein bisschen. Und yes, das wird sicher mega lüftig. Und jetzt wird es ein nächstes Mal. Warum es das ganze Material macht sich? Es ist eine dritte Anytime. Fragen wir versuchen? Wir nehmen uns ein bisschen dr drowned natürlich. Ich weiß nicht. Ich peins das auch nicht. Zum 2 Vamos Water再见 セ許 Haus whoever GER Es ist immer da, er ist so adorabel für mich. Wir versuchen unseren besten Vloggen in Englisch. Du solltest Vloggen in Englisch. Du denkst so? Ja, ich glaube so. Ich werde ein Teil der Vloggtu. Ja, du bist ein Teil der Vloggtu. Willst du dich auf YouTube? Ja. Hallo Leute, mein Name ist Lijsch. Ich bin ein Portugese. Ich wohne hier und ich bin hier. Und jetzt gehen wir zu Jimmy's, das ist ein Supermarkt. Er ist ein sehr guter Typ. Jimmy's? Ja, der Name ist Jimmy's. Jimmy's mit J-I-M-M-Y. Oh, okay. Ja, das ist fast mein Name. Loris, was ist passiert? Wir sind auf dem Meer gekommen und du hast Fotos gemacht. Drink water, Leute. Hidraten sich. Es ist ein sehr heißes Tag hier in Portugal. Jungs, was ist passiert? Es ist vieles passiert. Wir sind jetzt halt... Erstmal eine Küste für den Atlantik. Ja. Mit den Locusten zu chillen. Das war voll geil. Nein. Du hast genug genommen, es gab es auch noch. Oh, es ist heftig. Es ist wahrscheinlich auch noch irgendwo. Also weiß nicht, wo es ist, wo es läuft. Ich bin ganz schön. Wofür ich nicht, wo es geht. Mögen. Also verschwenden Yen. Knoten. Das war großartig. Wie ist es so? Ja. Lobs. Du bist. Das war wieder. Wie ist es so? Ja. Am geez. Musik 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 Jetzt sind wir wieder zurück, gerade wieder weg zurück, sonst war ich alles im Apartment. Wir müssen nachher in den Zug fahren, weil wir ein bisschen integriert sind. Wir müssen uns erst einmal umziehen, wir sind überversifft. Und dann müssen wir gleich noch in den Club, das geht bis um 6 Uhr. Nein, wir müssen noch nach Hause fliegen und noch ein bisschen den Mathestest lernen. Ich bin entspannt, ich bin super gespannt. Du bist schon entspannt? Ich bin richtig entspannt. Also wir werden nachher noch rafen, würde ich sagen. Wir werden richtig rafen. Wir werden gleich rafen. So, wir sind auch noch nicht wirklich weitergekommen mit unserer Mission zu rafen. Wir sind wirklich desperately am Wasser suchen gewesen. Bis Loris auf die gute Idee kam, einfach mal umzustreuen und wirklich auch mal zu suchen. Weil es hat wirklich alles zu tun gehabt auf Google Maps. Wir haben wirklich alles zu tun. Ah, meine Nase. Wir sind alle irgendwie krank. Uns hat es alle genommen. Irgendwie. Und jetzt haben wir eigentlich den Bus, wo es dann eigentlich zu den Rave soll nehmen. Die Rave sollte wirklich wild werden. Die hat uns die Einheimische gesagt, die leider nicht dabei sein können. Ein kleines Update zu unserer fette Rave, die wir eigentlich wollen wollen. Die wäre eigentlich in dem Gebäude. In dem Gebäude. In dem Gebäude gewesen. Jetzt ist es aber so, dass die mal geradet worden sind von der Polizei. Und die wechseln halt immer wieder Standorte. Und wir finden nicht so einfach heraus, wo das ist. Entweder es ist ein Rätsel. Und du musst wirklich einfach an irgendeine Türe klopfen, um zu hoffen, dass irgendwo jemand aufmacht. Ähm. Aber wir wissen halt wirklich, man hat wirklich keine Ahnung, wo das könnte sein. Wir haben ein paar Locals, die uns helfen. Ähm. Ein bisschen connecten und so. Aber es ist sehr schwierig. Wir haben uns auch schon mit den anderen Touristen, die den Spot suchen. Ähm. Ja. Befreunden sozusagen. Ähm. Und da wäre der andere Entrance. Also da wäre eigentlich ein Entrance. Aber der ist halt auch nicht da. Und ja. Jetzt suchen wir einfach. Ähm. Und ja. Ich hoffe. Wir kommen noch zu dieser Rave. Ich seh's im nächsten Video. Also ein kleines Update. Wir sind gestern huurespät nach Hause gekommen. Wir waren heute. Die richtige Party hatte eigentlich am 6 Uhr morgens angefangen. Ähm. NADA Party, die wirklich, wirklich, wirklich heftig geworden wäre. Aber wir waren erstens so müde an dieser Rave. Ich hab's einfach so. Ich hab's einfach so. Ich hab's einfach so umgetanzt. Es ist schon wild gewesen. Muss ich schon sagen. Aber es ist genug gewesen. Für 20 Stunden Wache und so. Und ähm. Ja. Jetzt sind wir auch noch ein bisschen am rumstreuen. Wir gehen jetzt hier auf so einer Burg rauf. Irgendwo hier oben. Es ist also ein kleines Update. Ähm. Es ist lang ist massiv. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob sich da der Eintritt, wo es nicht 10 Std. braucht es und lohnt. Um zu von dieser Burg abzuschauen. Was machen wir Loris? Nicht Ascha. Also entweder wir müssen nie gehen oder in die Nieder. Dann gehen wir irgendwo in die Schatten sitzen. Ja, das ist auch möglich. Gut chillen. Ja. Obwohl wir eigentlich 5 Stunden geschlafen haben, ich muss nichts sagen. Ja, das ist nur eine Klinik. Ich glaube, es war nur so 4.30 Uhr. 4.30 Uhr? Wieso? Wieso Mati? Wir sind schon halb 6 ins Bett. Weil du in deinem Bett gelegen bist. Ich hab Kraft gehabt zum 10 Wochen. Alright. Wir sind ein bisschen spät. Es ist jetzt 10 Uhr. Es ist boarding und wir gehen noch 10 Minuten bis zum Plan. Es fliegt dann 10 ab. Darum. Es wird sich ein bisschen stressig, aber das schaffen wir schon. Bo Mati, ich zeig mir dein Beweis. Beweis, dass wir in Lissabon gewesen sind. Ja, zeig mir. Jetzt drück mal. Boah! Nicht nur hier. Auch hier. 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 Und meine Hand auch. Schau da. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Disturb. Ja, das ist das. Was hast du noch? Ein Auen in der Weis. Boah. Ja. Aber ich schnitzel und kein Ass alleine. Der Watz hat der Kassel. Das ist kein Drehout der Donner. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das.